So, moin moin, ich begrüße euch zum zweiten Teil unserer Reihe zu Umled, wo wir uns einmal das Anwendungsfalldiagramm vornehmen werden. Und auch hier werdet ihr sehen, das ist gar nicht so schwierig. Wer nicht genau weiß, wie das Anwendungsfalldiagramm aufgebaut ist, der kann hier oben gerne einmal reingucken. Und genau das Beispiel aus diesem Video, das bauen wir uns hier jetzt mal zusammen. Ihr seht hier zwei Akteure, einmal den Kunden und den Mitarbeiter. Und dann haben wir noch die verschiedenen Anwendungsfälle. Einmal den gebrauchten Laptop bestellen, der den Anwendungsfall bezahlen inkludiert. Und dann gibt es noch den Laptop einpflegen, das Angebot bearbeiten und das Angebot löschen für den Mitarbeiter, der sich jeweils authentifizieren muss. Beziehungsweise, wenn der Mitarbeiter dann mehrfach sein Passwort falsch angegeben hat, dann wird sein Account gesperrt. Und im ersten Schritt wählen wir UML Use Case aus. Und dann seht ihr die verschiedenen Elemente, die wir für unser Anwendungsfalldiagramm zur Verfügung haben. Und wir starten natürlich mit dem Akteur. Und wir brauchen insgesamt zwei Akteure. Also klicken wir auch zweimal auf den Akteur drauf und ziehen die beiden Akteure dann auseinander. Und den einen Akteur nennen wir dann in Properties in Kunde um und den anderen in Mitarbeiter. Und dann erfolgt ein Doppelklick auf System, damit wir einmal das System dann zeichnen. Und jetzt klicken wir einfach mal auf die einzelnen Anwendungsfälle, also Use Case 1. Und damit erschaffen wir bzw. zeichnen wir dann den einzelnen Anwendungsfall. Und in Properties können wir den dann umbenennen. Und den benennen wir dann in gebrauchten Laptop bestellen um. Und dann benötigen wir natürlich noch die Assoziation, also die Kommunikation zwischen dem Akteur und dem Anwendungsfall. Und die erhalten wir, indem wir einmal hier oben auf den Strich klicken und dann den Anwendungsfall mit dem Akteur verbinden. Und jetzt wird es etwas tricky, denn jetzt wollen wir unsere Assoziation einmal kurz modifizieren. Dafür müssen wir jetzt die Properties nutzen. Und wie wir das machen, das gucken wir uns jetzt mal an. Und zwar in der Form, dass wir einmal die Multiplizitäten angeben. Und die Multiplizitäten, die können wir mit M1 und M2 eingeben. Und das machen wir jetzt mal, indem wir M1 gleich 1 und M2 gleich 1 eingeben. Und ihr seht, das klappt wunderbar, aber das löschen wir jetzt mal wieder. Denn standardmäßig gehen wir sowieso von einer Multiplizität von 1 aus. Und dann erstellen wir jetzt noch drei weitere Anwendungsfälle. Und dazu klicken wir dreimal dann auf Use Case und daraufhin müssen wir diese Anwendungsfälle natürlich noch umbenennen. Und den oberen Anwendungsfall, den benennen wir in Laptop einpflegen um, den zweiten in Angebot bearbeiten und den dritten in Angebot löschen. Und natürlich brauchen wir jetzt auch noch eine Assoziation dazwischen. Und die erstellen wir dann genauso wie die anderen Sachen auch. Also wir klicken jeweils auf die Assoziation und ziehen dann einmal die Assoziation von Laptop einpflegen zum Mitarbeiter, von Angebot bearbeiten zum Mitarbeiter und dann nochmal von Angebot löschen. Und ihr merkt schon, wir sind jetzt schon recht weit gekommen. Und jetzt müssen wir natürlich noch den Anwendungsfall bezahlen irgendwie hinzufügen. Und dazwischen haben wir eine Include-Beziehung. Jetzt fügen wir erstmal den Anwendungsfall bezahlen hinzu. Und jetzt seht ihr rechts die verschiedenen Pfeile, beziehungsweise auch die verschiedenen Beziehungen. Und ihr könnt in Properties jede Assoziation zu jeder Beziehung umwandeln. Also was ihr hier unten seht bei Properties ist, dass ihr hier ein Include seht. Und dadurch wird dann auch diese Include-Beziehung daraus. Wir können das Include hier auch löschen und dann hätten wir eine ganz normale Assoziation. Also zumindest wenn ihr noch die Falschspitze, beziehungsweise die gestrichelte Linie etwas modifizieren würdet. Aber wie das genau geht, das erkläre ich am Ende des Videos. Aber ihr merkt, wir können mit den Properties eine ganze Menge anstellen. Und dann geht es weiter. Jetzt brauchen wir einen Anwendungsfall mit einem Extension Point. Und das ist alles hier schon vordefiniert. Und den nennen wir jetzt Authentifizieren. Und ihr seht da drunter, da steht noch mehr. Also zweimal das Minus. Und damit zeichnet ihr den Strich und dann das Extension Point. Das Tolle an diesem Programm ist, dass es eigentlich alles vordefiniert. Und wenn es das dann eben nicht gibt oder wenn man sich das nach einem eigenen Gust so irgendwie zurechtbasteln will, dann kann man das relativ leicht auch machen. So und dazwischen brauchen wir wieder drei Include-Beziehungen. Also einmal von Laptop einpflegen, vom Angebot bearbeiten und vom Angebot löschen, weil natürlich all diese Anwendungsfälle die Authentifizierung mit einschließen. Jetzt müssen wir vor allem nochmal die Schrift bei Extension Points etwas modifizieren. Und mit dem Sternchen können wir die Schrift dick machen und darunter geben wir dann eine Passwordeingabe. Und dann brauchen wir noch den Anwendungsfall Mitarbeiteraccount sperren. Und hier handelt es sich dann um eine Extent-Beziehung. Und last but not least fügen wir noch eine Condition, also eine Bedingung hinzu. Und jetzt müssen wir uns das erstmal ein bisschen zurechtrücken, weil wir sonst ein kleines Platzproblem haben. Also wir arbeiten hier mit dem Zoom und dann klicken wir einmal auf Node und fügen da die Notiz bzw. die Bedingung hinzu. Und jetzt müssen wir in den Properties mal ein bisschen gucken. Weil wir starten natürlich mit BG gleich Blue, also hier wird die Hintergrundfarbe angegeben und hier wollen wir natürlich nicht Blau nehmen, sondern das ersetzen wir dann einfach durch Weiß, also White. Oben schreiben wir dann Fett gedruckt einmal Conditioner rein und dann Benutzer hat dreimal das falsche Passwort eingegeben. Und dann kommt nochmal der Extension Point und auch da schreiben wir natürlich Fett markiert. Und dann fehlt noch die Passwordeingabe. Und jetzt kriegen wir echt ein Platzproblem, deswegen verkleinern wir die Fenster rechts ein wenig und ziehen das System dann ein bisschen größer. Und dann müssen wir das Ganze noch miteinander verbinden. Und hier sieht man das nochmal, wie man in den Properties herumspielen kann. Wir haben einfach eine gestrichelte Linie mit einem Pfeil genommen und wir haben dann einfach die zwei spitzen Klammern vorne entfernt. Und ihr seht, jetzt haben wir nur noch die gestrichelte Linie. Wir können damit also die Pfeile in jeder Richtung und in jeder beliebigen Form auch erstellen. Ja, und das war es auch schon. Also ihr habt gesehen, wie schnell wir so ein Anwendungspfeildiagramm innerhalb von kürzester Zeit geschaffen haben. Und wenn ihr so ein bisschen in den Properties drin seid, dann geht das Ganze relativ schnell. Kleiner Tipp noch am Rande, wenn ihr mal nicht wisst, wie irgendwas funktioniert, ihr könnt auf die einzelnen Elemente auch klicken und euch dann die Properties angucken und dann sehen, wie ihr bestimmte Sachen immer erzeugen könnt. Ich zeige das an dieser Stelle nochmal beispielhaft. Also ihr seht hier die verschiedenen Pfeile, Verbindungen etc. Und die könnt ihr auch dementsprechend modifizieren. Also ihr seht, wenn ihr darauf klickt in den Properties, dass da schon etwas steht. Und wenn wir das jetzt mal modifizieren, dann seht ihr, wir können die Pfeilspitzen relativ leicht verändern. Also das funktioniert ohne Probleme. Und wir können links vom Punkt dann auch unsere Spitzenpfeile setzen. Und wir sehen, dann verändert sich auch direkt der Pfeil bzw. die Form des Pfeils an der anderen Seite. Und jetzt verändern wir das Minus einmal kurz im Punkt. Und ihr seht, wir haben jetzt auf einmal eine gestrichelte Linie und keine durchgezogene. Spielt da gerne etwas mit rum. Ihr seht, es ist eigentlich kinderleicht. Und wenn ihr euch dann durch die einzelnen Elemente klickt, dann werdet ihr relativ schnell feststellen, wie was funktioniert. Also so wahnsinnig kompliziert ist es dann auch wirklich nicht. Ich habe euch auch in diesem Fall wieder den Link natürlich in die Beschreibung gestellt. Ihr könnt euch das Programm als Standalone-Version runterladen. Ihr könnt es auch als Eclipse-Plugin runterladen. Das funktioniert alles genauso problemlos wie das Programm selber. Und das sind wirklich die Gründe, warum ich fest davon überzeugt bin, dass dieses Tool ein unglaublich tolles Tool ist. An der Stelle muss ich nochmal anmerken, ich kriege keinerlei Geld oder ähnliches dafür. Das ist meine komplett freie Meinung. Und wenn das nicht meine Meinung wäre, dann würde ich diese Videos auch mit Sicherheit nicht veröffentlichen. Da könnt ihr euch sicher sein. So, ich hoffe, das hat euch weitergebracht. Links, da kommt ihr zu meiner Playlist, wo ich generell was über UML erzählt habe. Also da sind alle Teile gesammelt. Und rechts habe ich meine Playlist zu diesem Tool verlinkt. Schaut da gerne mal rein. Vergesst nicht zu abonnieren. Und ansonsten bis zum nächsten Mal.